So, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Fimble Beat Park. Yay, 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 yay. Endlich kann ich jetzt spielen. Ich habe schon ziemlich lange darauf begeiert. Auch dieses Spiel ohne Facecam, weil es eben ein Point-and-Click-Adventure ist und damit ihr nicht was überseht. Ich weiß nicht, ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut wegen Ton und Pipapo. Aber noch nicht so viel gesehen. Und das werden wir jetzt alles ganz neu erkunden. Freue mich schon. Was haben wir denn hier? Gemütlicher Modus, falls sie neue Adventures sind oder schnell vorwärtskommen wollen, weil das Leben so viel schönere Dinge bietet, inklusive kostenlosem Tutorial. Schwieriger Modus, falls sie erfahren mit Adventures-Spielen sind oder alle Puzzles sehen wollen, weil es nicht schön ist, dass es Adventure-Spiele im Leben gibt. Was wollen wir dann machen? Den Normal-Modus, also Easy-Easy oder... Ich würde sagen, wir nehmen mal den hier. So zum Ausprobieren. Oh cool, hier haben wir eh ein Tutorials. Text über den Cursor deutet auf einen nützlichen Gegenstand. Interagiere hier mit Personen und Gegenständen. Also in dem Feld hier, alles klar. Will ich Wärme aus, um Personen Anwesungen zu geben? Ja, das erklärt sich eh von selbst. Hier sind die Gegenstände, welche die Person bei sich trägt. Einfache Kommandos beginnen mit einem Verb und enden mit einem Gegenstand oder einer Person. Nimm Schlüsselkarte. Genau. Komplexe Kommandos beginnen mit einem Verb, dann einem Gegenstand und enden mit einem Gegenstand oder einer Person. Okay. Gegenstand, Nutzer und dann für die Tür. Wir haben die Tipps zur Interaktion, wählen die Option und dann die Hilfe. Okay. Timbal Weed Park. 1987. Okay. Waren das jetzt Morsezeichen? Dreimal blinken? Ein Schloss, okay. Keine Ahnung. Timbal Weed Park. Stadtgrenze, Bevölkerung, 81, Höhe, 14. Cool. Hui. Da war es nur noch 80. Ah, geil. Wie genial ist das denn? Teil 1. Das Treffen. Okay. Ah, so. Schaut hinsetzen. Oh, ist die Grafik nicht toll. Ich mag so Pixelgrafik. Oh, ein Zug. Choo-choo. Ein Penner. Oh, der trinkt. Oh, da kommt wer. Oh, da kommt wer. Ich kann wirklich ein bisschen Wiener Schnitzel nach dem langen Walkout hier. Jawohl, Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel. Kann ich da... Aha, okay. Oh, ist das geil. Da kann ich mich... Da kann ich mich ja urspielen. Hier öffnen wir das Tor. Oh, der Akzent ist ja geil. Ich soll hier unten jemanden treffen, haben Sie jemand gesehen? Sind Sie ein Opfer der schlecht ausgebauten amerikanischen Sozialsystem? Dann bin ich schonmal mit meinem Gegenstand. Are you a victim of an inferior American social support system? Ja, Uh, I need some whiskey. I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Haha. Are you sure you have not seen anyone? I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Ach, der Akzent ist geil. Okay. Okay, also er hat gesagt, irgendwer wollte ihn hier treffen. Was haben wir hier? Boris, es freut mich, dass du akzeptierst, dass dies die Lösung ist. Es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen genau. Zu deinem Schutz lass deine Papiere im Hotelzimmer. Geh zum Fluss unten an der Dressel Trail Brücke. Schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Dressel Trails aus. Triff mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Stell sicher, dass dir keiner folgt. It is my wallet and it has two hundred fifty two American dollars in it. Two hundred and fifty two dollars in it. American dollars. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out and you get a pillow. Very top secret. Okay, warte. Hier haben wir das Schild. Schauen wir mal. Okay, warte, weil das Licht ausschaut, ne? Dann schließe ich sie. Äh, okay. Ist hier noch irgendwas? Oh, Moment. Einen Stein? Kann ich den nehmen? Moment. Nimm ihn doch. So. Ah, vielleicht kann ich so, äh, 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 nimm, nimm, Stein? Äh, 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 nutze Stein auf Lampe. Nutze Stein auf Lampe, so. Yay! Step three! Step three! Okay, also jetzt kann ich da rüber gehen, oder? Whee! Gibt's hier irgendwas eigentlich? Ich seh ja nix. Wie kann ich denn jetzt Menü? Hallo? Nix, okay. Kein Menü. Geh zum alten Baum. Vielleicht zum alten Baum. Wuh! What the fuck? Oh nein, ist er jetzt tot? Ist er jetzt tot? Niemand von uns war vorbereitet auf das, was diese Nacht offenbarte. Oder wie sehr sie uns alle verändern würde. Teil zwei! Die Leiche! Okay. Ahem. Oh, hi. Oh, ist er das? Die Musik, geil. Er hat einfach vergeschnitten. So, tell me again, why you're here. I was assigned to the case by the home office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. It's need to know. Ah. Look. I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Ray is. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. The body is starting to pixelate. This is going to be a long night. Ah, wie genial. Wie cool ist das denn? Hä, was ist das? Oh, okay. Ich kann also zwischen den beiden her switchen. Notizbuch. Die Leiche fängt an zu verpixeln. Ray geht mir langsam auf die Nerven. Hoffentlich konzentriert sie sich auf den Fallen und lässt mich in Ruhe. Kam per Bus von Albuquerque in Thimbleweed Park an. Wandere raus, um die Leiche anzusehen. Das ist die perfekte Tarnung. Aha. Lauf immer noch auf dem Highway. Ziemlich weiter Weg aus der Stadt. An der Leiche angekommen. Hier ist ein Agent namens Ray. Seltsam. Niemand sollte den Fall bekommen haben. Ich habe schon Gerüchte über sie gehört. Sie können Probleme bereiten. Vergiss nicht, heute Nacht Mormon anzurufen. Ja. Schaue. Schaue die Leiche an. Ich wusste nicht, dass das Leichen verpitzeln können. Was? Was ist mit seinen 252 US-amerikanischen Dollarn? Männlich 40 Jahre alt. Sieht aus. Da scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein, unbekannte Herkunft. Das Loch sieht nicht wie eine Schusswunde aus. Stammt eher von einem spitzen Gegenstand. Sein Anzug wird maßgeschneidert. Möglicherweise europäisches Design. Okay. Warte mal, wir haben da eine Flasche. Kann ich die nehmen? Okay, was mit der Lampe? Okay, äh, ich kann sie auch steuern. Okay, der Penner ist weg. Kann ich die, äh... Äh, Dirk, kann ich die am Boden legen? Ja, ich weiß. Okay. Äh, okay, warte. Ich will jetzt mal sie steuern. So. Später am Nachmittag angekommen. Was für ein Kuhdorf. Ich versuche Kontakt mit den Einwohnern zu vermeiden, bis ich die Leiche sehe und weiß, ob sie mir nutzt. Hä? Lange Highway. Hoffentlich muss ich den nicht nochmal laufen. Bei der Leiche angekommen. Die reicht als Tarnung. Ich höre rascheln im Gebüsch. Da kommt jemand. Na toll, noch ein anderer Agent taucht auch. Das Revier hätte doch nichts wissen sollen. Wie werde ich denn los? Aha, okay. Leiche ist männlich, etwa 40 Jahre alt. Bla, 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 da steht dasselbe. Okay, also die mögen sie nicht besonders. Kann ich das benutzen? Das Telefon hat keine Rezeption. Es ist ein Sample-Package von Polaroid-Filmen. Detective Angela Ray, Senior Agent. Okay. Kann ich mit dem reden? Kann ich mit der Leiche reden? Nee. Okay, warte mal. Vielleicht haben wir ja hier irgendwas. Außer sie wird jetzt auch getötet. Okay, was haben wir hier? Okay. No! What the fuck? Ja, genau! Die Violine! Aber da blinkt doch was. Ist das sonst gar nichts? Er hat denn doch... Wo, 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 wo? Was ist das? Äh, wo ist es? Da. Ja, dann nehmen sie bitte. Nehmen sie. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Huh! Was habe ich jetzt? Hä? Hä? Oh, wie cool! Ich bin unabsichtlich beim Tab-Anblick gekommen. Und wenn ich da drauf drücke, sehe ich da Hinweise. Cool. Schau die mal an. Hat er das... Hat sie das auch geschämen? Nein. Kann ich da was nehmen? Warum nicht? Kann ich den nutzen? Äh. Oh, okay. Moment, ich will das... Ich weiß, ich... Das ist Cheaten, aber ich würde nur gerne wissen, ob hier noch irgendwo was ist. Scheint aber nicht so. Okay, nein. Nein. Ah, genial! Warte mal, kann ich die hier... Okay, warte, sie hat gesagt, wir müssen jetzt, äh, hier... Dingens machen, Foto, gell? Hm, there's no film in the camera. Oh, sie hat den Film. Okay, gib den mal hier. So. Äh, nutze den hier für die Kamera. Oh, so. Oh, das war mein Foto. Ah, wie cool. Oh, ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Dieser Humor, wie genial ist das denn? Wie genial ist das denn? Okay, dann gehen wir jetzt zum Tresden Trail. Ja, und er? Er geht nicht mit, oder was? Ach, die muss man einzeln führen, oder wie? Was ist das denn hier? Schauen wir mal. Halt mir die Reden an. Geh, geh jetzt zum Meer-Highway. Okay, geh jetzt zum Schild. Schau, Schild. Oh, Moment. Oh, ein Atari, wie cool! Ein Atari! Nimm es! Nimm es! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das jetzt? Oh, Moment. Zirkus Busbeck. Kann ich mir das alles nehmen? Kannst du alles aufheben? Warum sind sie angezogen, wenn sie eine übergroße Taube? Okay, hi! Warum Brothers, wenn sie Schwestern sind? Brothers, wenn sie Schwestern sind? Dad war es, dass sie einen Schwestern haben. Ich habe es zu viel Geld, um die Van zu verbreiten. Also, wir sind nicht mit dem, bis er ist tot. Oh, schnell. Schau, Emily. Die Signale sind sehr stark heute Abend. Okay. Was sind die Signale? Die Signale sind sehr stark heute Abend. Was ist das? Ja, du hast schon gesagt, aber was sind die Signale? Ich bin nur mit dir. Okay, wir sind bei der neuen Bundesagende, wir fahren das ist strafbar. Das ist das selbe, sollte ich besser mit dem Spielchen speichern. Ich weiß genug von ihnen, ich muss den Sheriff in the Mord aufgehen. Aha. Aha. Ah ja! Okay. Alter Schwede! Rede mit großer Tau, rede mit größeren Tau. Komm ich da rüber? Oh Gott. What the fuck? Halten sie den linken Maus noch um dem Cursor zu folgen. Ah okay. Was haben wir hier, Plastikringe? Was? Jetzt fahren die schon wieder? Oh man, ich hab den ziemlich weit zurück gelassen. Der steht da und guckt. Kommt in die Tose. Gehe weit zur Meer Highway. Okay. Okay. Gut, das heißt dort komm ich eh nicht hin. I'm coming, Agent Reyes! Boah, ich find das Spiel jetzt schon so saugeil. Dieser Humor ist doch göttlich. Der ist doch einfach nur göttlich. Ein Friedhof. Eine Flasche. Okay, da ist die Stadt. Oh nein! Ich wollte zufrieden noch gehen! Ich wollte gar nicht hindrücken. Hä? Ich wurde beobachtet! Oh nein! Ich wurde beobachtet! Geh nochmal zurück. Ich will dort zum Friedhof gehen. Hier. Äh. Wtf? Äh. Betrachte gar nichts. Okay. Äh. Oh, okay. Okay. Er ist allein gegangen. Was mach ich denn hier oben? Was mach ich denn hier auf dem Friedhof? Der macht hier einen Spaziergang. Abendspaziergang über den Friedhof oder was? Kann ich dir irgendwas machen? Nein. Ich mach... Ich drehe ihn über eine Runde über den Friedhof oder wie? Was ist er denn jetzt? Hier! Okay. Kann ich hier irgendwas anschauen? Gehe zu... Aha, okay, da oben. Moment. Blumen. Okay. Okay, dann, äh, äh, wenn du benutze. Warum nicht? Warum nicht? Chuck? I shouldn't say anything out loud, but seeing Chuck's Turm in person makes me a little happy inside. Moment. Das ist Chuck? Ach, von dem hat da eine Penner geredet, oder? Will ich mir ein. Okay, da komm ich momentan nicht hinein. Okay. Ganz weg zurücklatschen. Ich werd mal wechseln. Vielleicht kommt er ja eh. More like Thimble stupid. Haha. Nein, ich geh mit ihm schon zurück. Nein, ver... Nein, was macht er denn? Nein. 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 Nein, da. Da bitte. Gehen Sie zurück, Herr Officer. Weeeeeee. Schnell, schneller, schneller, schneller. Also mir macht solche Pixelgrafik übrigens überhaupt nichts. Ich find Pixelgrafiken cool. Weil meistens verbirgt sich ein wahres Schatz in so einer Grafik. So. Gut, da war also nix. So. Jetzt sind sie wieder beieinander. Was haben wir da? Was haben wir da? Zugenauble. Einmal. Ah, warte. Toll. So, ich kann ja jetzt das Telefon benutzen. Welcher wird zum... Fang? Äh. Ich hab irgendwas gedrückt, Mann. Was ist das? Keep out. Gibt's hier irgendwann einen Müllkorb? Hallo. Howdy. I'm the Thimbleweed Park Sheriff. Wie lange wollten sie die Leiche im Fluss verrotten lassen? Gibt es hier in der Stadt irgendwo guten Kuchen? Was ist das? Es ist besser. Was ist das? Nein. Es ist besser. Oh. Is das? Boodlebar? 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 Pest, okay. Geht das jetzt ewig weiter, oder was? Na, servus. Oh! Haha! 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 Ich hoffe, er spricht über die TV. Oh, wie cool! Ja. Okay. Pieperinos. Kann ich hier, warte mal, geh zu Türen. Okay. Das machen wir noch. Haben wir noch genug Zeit? Trinken. Corona, Sheriff. Okay, zu wem muss ich gehen? Zu einem von beiden, oder? Öffnen. Hi. Ah, okay. Oh, man. Die reden ja wieder nett. Flanders. Die reden ja wieder nett. Flanders. Vor allem die Füße da im Vordergrund sind schön. Vor allem die Füße da im Vordergrund sind schön. Oh. Oh. Sind sie nicht das Sherifflein? Ja. Ja. Und was ist mit meinem Wasser? Ja. 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 Und die Füße. Die Füße-Tron 3000. Die Füße-Tron 3000. Gord, wie ich es so sagen. Die Füße-Rino. Okay. 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 Aha. Okay. Let's see. Okay. Die Computer haben falsch gemacht über den Feuer gemacht. Nicht diese Computer. Oh, das ist die Art of Who Computers gemacht von Pillowtronix. Absolutlich infallible. Okay. Ist nicht ein Konflikt von Interesse mit Pillowtronix und den Feuer? Whoa, jetzt! Pillowtronix und seine Verkaufsgerung, Chuck, sind über die Begründung. Chuck hat diese Stadt gebaut und war ein Computer- und Pillow-genius. Okay, also der Chuck war der Gründer von der Firma. Okay. 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 Okay, okay. I hate this town. Let's investigate these Tron-Machines, then go see the Sheriff and get out of here. Race-to-Do-Liste. Warte mal. Der Pathologe und der Chef sind Trottel. Das passt. Ich kann gut mit Idioten. Die sind manipulierbar. Die Tron-Maschinen sind interessant. Gut, dass Race neugierig waren und Notizen gemacht hat. Ich freue mich, ob die eine Verbindung zu dem Grund meiner Anwesenheit haben. Eine Mordwerfer blablabla. Okay, gut. Das machen wir jetzt. Geht das jetzt? Oder hier? Ah, hier. Hier mache ich einen Cut zu Fimbleweed Park. Erster Part. Und ich finde es total geil. Und ich werde es auf jeden Fall weit spielen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich werde es nämlich so oder so schwarz spielen. Also dann. Würde mich selber ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Part. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bye.